Ja, gestern in einer Talkrunde, die nicht mitgeschnitten wurde, wurde deutlich, was das Problem der Menschheit ist, wozu uns der bösartige patriarchale Raubtier Kapitalismus hin manipuliert hat. Nämlich in Richtung des Sektiererischen und Diktatorischen. Heutzutage ist sozusagen jeder Mensch dazu erzogen, sich nur in seiner Sekte, in seiner Filterblase, nur mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Und dann aber auch diktatorisch zu sein. Also immer nur, wir dulden nur unsere Sichtweise. So wie das halt Sekten machen. Und dabei gilt die Wahrheit, in der Demokratie gibt es nur das, was die in Deutschland 45 Millionen Wählerinnen für Wahrheit halten. Und was macht es da dann für einen Sinn, wenn man immer wieder versucht, diese Entscheidung der Wählerinnen, dem Konsensieren der Wählerinnen vorzugreifen? Also eigentlich kann man doch nicht mehr tun, anstatt sektiererisch, diktatorisch vorzugehen, kann man doch nur alle möglichen Reformvorschlagsalternativen darzustellen, offen diskutieren zu lassen, mit all ihren freien Argumenten sozusagen, und dann die Wählerinnen konsensieren zu lassen. Alle Eingriff, ja, also das Stichwort hier, Frackparteien, freie Argumente, Kulturparteien, bevor ich es vergesse, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer die Wunschgeschwindigkeit einstellen, immer in Wunschgeschwindigkeit hören. Freie Argumente, Kulturparteien ist ja das Synonym für echtbasisdemokratische Parteien. Aber das fällt eben allen total schwer. Alle wollen immer wieder doch die Wählerinnen bevormunden. Also immer diktatorisch, sektiererisch Entscheidungen fällen vor den Wählerinnen. Warum denn? In der Demokratie gibt es am Ende sowieso nur das, was die Wählerinnen für Wahrheit halten. Und wenn mit Parteimitgliedern, also einer normalerweise immer nicht repräsentativen oder unrepräsentativen Wählerstichprobe, also damit einer letztendlich wertlosen Stichprobe, weil nicht aussagekräftigen Stichprobe, wenn die quasi den Wählerinnen vorgreift, weil man sich scheut, den Wählerinnen das Konsensieren in einem ersten Volksentscheid nach der Wahl zu überlassen, dann ist quasi schon wieder einfach das erfüllt, was der Kapitalismus in unseren Köpfen erzeugt, nämlich das sektiererische und diktatorische. Ich zeige das jetzt nochmal schnell hier. Was spricht dagegen, dass nicht eine nicht repräsentative Wählerstichprobe, nämlich die Parteibasis, die unterschiedlichen Vorschläge zum Beispiel, ich mache hier Beispiel hier, was weiß ich, hier haben wir, na, das ist nochmal das andere Bild, hier haben wir zum Beispiel drei, nur drei Vorschlagsgruppen zum Thema Gesundheitsreform, stellen wir uns vor, das wären jetzt fünf, ja, fünf Vorschlagsgruppen zur Gesundheitsreform und der sechste Vorschlag, der da unten ankreuzbar wäre, ist dann immer alles beim Alten zu belassen, also nicht zu reformieren, das Gesundheitssystem genauso schlecht zu lassen, wie es ist. Ja, und wieso, was soll es bringen, wenn also eine nicht repräsentative Wählerstichprobe aus den fünf Vorschlagsgruppen vorschnell eine macht und dann den Wählerinnen auch wieder einen unverdaulichen Mix aus Einzelreformkonzepten anbietet, wo die Wählerinnen sagen, ja, den und den finde ich ganz gut, aber die und die Vorschläge finde ich nicht so gut und so weiter und dann ist es im Prinzip ja nichts anderes als eine Altpartei. Eine neue, echtbasisdemokratische Partei würde sagen, nein, Sie, liebe Wählerinnen, wir geben Ihnen zur Kenntnis alle Argumente und alle Reformvorschlagsgruppen und Sie konsensieren. Und wenn es auch nur in Vorwahlen Minivolksentscheiden ist, die also vom Aufwand her sehr viel weniger kosten als ein großer Volksentscheid, aber da es sich um repräsentative WählerInnen-Stichproben handelt, sind diese als Wahl verwertbar. Ja, repräsentative Wählerstichproben sind aussagekräftig und als Wahl als gültig anzuerkennen und verwertbar. Nicht-repräsentative Wählerstichproben wie die jeweilige Parteibasis sind nicht verwertbar und nicht aussagekräftig und sind einfach nur der Tendenz, doch wieder sektiererisch zu werden und doch wieder diktatorisch zu werden und letztendlich die WählerInnen nicht das Sagen bekommen zu lassen. Ich lese mal so einige Stichworte vor hier. In Demokratie, ja. Da habe ich eine Sendung gesehen. Meditation für mehr Selbstliebe. Das ist genau das, was diesen pathologischen Größenwahnsinn im Kapitalismus erzeugt, ja. Ich liebe mich selbst, weil ich der Größte und der Schönste und der Beste bin, ja. Und deswegen denke ich dann, wenn ich sektiererisch denke, denke ich dann gleichzeitig auch diktatorisch. Denn da ich ja der Schönste, Größte und Beste bin, will ich natürlich keine andere Sichtweise um mich herum zulassen. So sind nun mal diktatorische Mentalitäten, ja. Und gestern in der Talkrunde wieder gesehen, ja, auch in der Mittwochstalkrunde und in der Samstagstalkrunde, eben immer wieder das Gleiche. Das sind Leute, die ihre Sichtweise, anstatt zu verstehen, dass wenn sie reden, zehn Minuten reden, für mich das, ich höre zu, aber letztendlich langweilig ist, weil überhaupt kein Argument für irgendeine sinnvolle Sichtweise kommt. Aber die diktatorische, aber das muss ich ertragen, weil das gehört zur Demokratie und zur freien Argumentekultur und zur echten Basisdemokratie dazu. Und dann ist immer die Tendenz von diesen sektiererischen Diktatoren-Mentalitäten immer wieder so zu sagen, ach nö, dann brechen wir doch tendenziell die Diskussion ab, weil solange die anderen nicht meinem Diktat gehorchen und folgen und Argumente und Berichterstattungen aus aller Welt bringen, die meinem diktatorischen Gemüt nicht passen, dann brechen wir das lieber ab. Und das ist genau das Element, was unsere Demokratie zerstört hat. Und der Kapitalismus erzeugt also Mentalitäten und in dem Falle sind es natürlich mit dieser Meditation für mehr Selbstliebe, das sind es quasi die vorteilbringenden Irrtümer einer Abzockersparte, die also mit irgendwelchen Pseudo-Psychologien und Pseudo-Esoteriken und so weiter irgendwie die Leute abzucken möchte und sie deswegen also in eine psychische Krankheit hinein manipulieren, nämlich in die pathologische Selbstliebe und Selbstüberschätzung den pathologischen Größenwahn sozusagen, weil man dann natürlich an solchen Leuten richtig verdienen kann, weil solche Leute werden natürlich nie mehr glücklich. Ja, sondern gesundes Selbstbewusstsein ist, ja, ich vermute, wir sind, wir, also zum Beispiel die Next Scientists for Future sind die Größten, aber ich höre gern jedes Gegenargument und höre vor allem auch gern, wenn jemand sagt, nein, wir sind die Größten und wir haben und das und das Konzept und diese und diese Reform. Und das ist eben, das ist das gesunde Selbstbewusstsein. Aber die Masse der Menschen neigt zu dem pathologischen Selbstbewusstsein, nämlich zu dem pathologischen Größenwahn und zu dem pathologischen Diktatorenwahn, sozusagen, ja, wir sind die Größten und ich dulde keinen Widerspruch, ja, und ich dulde keine andere Sichtweise der Welt. Und dabei gilt es eben doch, in der Demokratie gibt es ja am Ende sowieso nur das, was die WählerInnen für Wahrheit halten und all das Diktatorische ist ja dann sowieso nutzlos und ergebnislos. Aber darin liegt ja das Ganze, dass das natürlich alles unsinnig und selbstzerstörerisch letztendlich ist. Ja, dann gab es im Forum, da gab es dann auch das Stichwort Wildkräuter sammeln, also im Garten Eden Lust wandeln, das ist ja wie die Bonobos leben, also die Lust wandeln und die Früchte, die sie essen, deren Samen transportieren sie mit ihren Körpern weiter und scheiden sie aus und begärtnen dadurch auf sanfte Weise den Urwald, indem quasi die Pflanzen, die sie häufig essen, auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, sich auszubreiten. Das ist also sozusagen ein Leben im Prinzip mit sehr wenig Arbeitsteilung. Die Männer entdecken vielleicht irgendwie bei ihren Streifzügen vielleicht so neue Fruchtbäume, die bald reif werden könnten, merken sie sich und schenken das dann der ganzen Gruppe und führen die ganze Gruppe dann zu diesen reif gewordenen Fruchtbäumen und dann essen aber im Prinzip alle dann doch selber, auch wenn sie sich die ersten Früchte, also der Schenker, hält dann die reifsten, schönsten Früchte den Frauen und Kindern als Geschenk hin und aber ich vermute, dass sie dann den Rest der Zeit dann jeder doch sich für das, das für sich pflückt, was er möchte und so weiter. Und die große Frage ist, wie viel Vorteil ist überhaupt Arbeitsteilung? Wir haben ja diese drei uns das Genick gebrochenhabenden Erfindungen, nämlich der ungelenkte Tauschhandel, ungelenkter Markt, ungelenkte Arbeitsteilung. Ja, ist Arbeitsteilung überhaupt wirklich ein großer Vorteil? Und wenn ja, dann müssen wir eben, sind wir gezwungen, starke positive Anreize zu setzen, damit das Ganze nicht für uns schädlich ist, nicht weiter unser Leben zerstört. Müssen wir vielleicht eine Rückentwicklung von der Arbeitsteilung wegvollziehen? Da kam ja auch die Idee auf gestern im Talk, ja, wenn wir jetzt schon unsere Gehirne in die Richtung Dummheit geschrumpft sind von 1,5 Liter vor 40.000 Jahren in Richtung durchschnittlich jetzt 1,35 Liter nur noch und wenn wir dann irgendwann bei einem Liter sind oder irgendwann bei einem halben Liter, vielleicht sind wir dann zu dumm, um Arbeitsteilung, Markt und Tauschhandel überhaupt noch aufrechtzuerhalten und vielleicht werden wir dann auch so glückselig wie die Bonobos. Naja, schauen wir mal. Also das ist eine offene Diskussion. Kann es eine Denkalternative sein, vor das Zeitalter der Erfindung von Arbeitsteilung wieder zurückzugehen? Oder ist Arbeitsteilung so wertvoll, dass wir den hohen Preis gerne zahlen wollen, nämlich starke positive Anreize zu setzen, wodurch dann Arbeitsteilung erstmals positiv wird und nicht zum Schaden aller Beteiligten? Ja, das ist das, wozu eben diese sektiererischen Diktatoren-Gemüter neigen, nämlich zum Kommunikationsabbruch, sobald andere Weltsichten im Raum sind. Dabei geht es ja eben nicht um Konsens. Es geht nur, die Wähler können am Ende konsensieren, weil die WählerInnen sowieso am Ende entscheiden und jeder Versuch in irgendeiner Gruppe, die ja eine nicht-repräsentative Wählerstichprobe darstellt, irgendwie auf einen Konsens zu kommen, ist doch absurd. Das würde gelten, wenn es sich um einen Ministaat handelt, also um eine Kommune oder einen Kommunenverbund, der also Ministaatscharakter hat. Und dann können natürlich dann die Mitglieder selber konsensieren, weil sie ja auch irgendwie selbstständig sind. Aber wenn es um den großen Staat geht, sind es sowieso nur die 45 Millionen WählerInnen und repräsentative WählerInnen, Stichproben davon, die am Ende irgendwas entscheiden können und irgendetwas in einer Gruppe sich irgendwo die unterschiedlichen Vorschlagsalternativen runter zu konsensieren, ist doch immer Unsinn. Deswegen haben wir so lauter unverdauliche Altparteien, bei denen die meisten Leute ein paar Ideen ganz gut finden und das meiste nicht so gut finden. Und trotzdem müssen sie sich für irgendeine dieser schlechten Parteien und dieser unsinnigerweise runterkonsensierten Konzepte entscheiden. Ja, die Bereitschaft von anderen zu lernen, wenn die ihre Beobachtungen aus der Welt berichten, ihre Beobachtungen aus der Welt berichten. Genau diese Bereitschaft ist durch den Kapitalismus zerstört worden. In der Natur sind Lebewesen einfach gesunderweise bereit, von anderen zu lernen, wenn die von ihrer Beobachtungen aus der Welt berichten. Das diktatorische, sektierische Gemüt sagt, nein, das gefällt mir nicht, das muss unterdrückt werden. Das muss irgendwie unterdrückt werden. Und wenn ich es nur dadurch unterdrücke, dass ich die Kommunikation abbreche. Ja, und da ist es auch, kann man gleich mal zeigen, das passt dazu, dass das Forum zum Beispiel, das einzige echtbasisdemokratische Forum auf der Welt entsprechend auch zu wenig beachtet wird. Ich zeige es gerade mal hier. Hier müsste es sein, ja. Also ich glaube, Sie können das sehen ungefähr. Ja, es ist ungefähr im Rahmen. Sie sehen es, freie Argumentekultur, also quasi echtbasisdemokratische Argumentierenskultur, sozusagen, und da sieht man auch schon den Portalbereich mit Aufschrei-Bereich gegen Manipulation, so etwas wie der rote Feuerwehrknopf, also so der Notfallknopf, ja, wo ich, wo man dann eben sagen kann, ja, hoppla, hier ist jemand, der eigentlich die Welterkenntnis und Weltsicht eines anderen Menschen eher unter Druck drücken möchte, in diktatorischer, diktatorischer, sektiererischer Weise und, ja, und möchte dadurch sozusagen alles manipulieren und, ja, und das muss dann halt, da muss dann der rote Notfallknopf gedrückt werden, ja, und dann sieht man hier, ich zeige es mal hier, man sieht, man kann also alles dann anklicken und sieht dann hier nochmal schön, kann dann also alles, zum Beispiel hier, was der Staat zu schlimm finden könnte, also die, man versucht hier auch wirklich ein völlig zensurfreies Medium zu machen für alle Denkalternativen und so weiter und ich wiederhole nochmal, was entscheidend ist, wir müssen, es ist eben entscheidend auch, dass wir endlich mal die Absurditäten der, ich habe letztens ja eine Sendung gemacht zu den Absurditäten der Rechten, ja, wir müssen all diese, das ist unsere Aufgabe als bodenständige, vernünftige, naturwissenschaftliche, echte Linke, sozusagen den Rechten argumentativ klar zu machen, wo sie sich zentral irren, und ich habe es zum Beispiel ja angesprochen jetzt, dass man jeden Rechten eigentlich nur fragen muss, wie sah denn deine Urgroßmutter und seine Urgroßvater vor längerer Zeit aus, wenn du mal so ein paar Generationen deiner Familie zurückgehst, wenn du lange genug zurückgehst, sind das alles, sind beide Schwarzafrikaner mit schwarzer Haut und was ist jetzt bitte schön mit deinen rassistischen Tendenzen, du selber bist doch ein Schwarzafrikaner mit nur ein paar winzigen genetischen Enden, die eine hellere Haut zur Folge hatten und so weiter, also mit so ein paar winzigen Teilanpassungen an Nordeuropa, aber in dir stecken zu fast 100% noch, bist du ein durch und durch ein Schwarzafrikaner, ja, oder hier, das hatte ich ja vorhin schon gerade aus Versehen aufgeschlagen, ja, so, ja, es ist für uns auch von Vorteil, wenn die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin zu uns kommt und dann mit schon länger hier lebenden Männern Kinder in die Welt setzt, sodass dann ihre frischen Gene, interessanten neuen Gene, unseren Genpool befruchten, also es gibt nichts Schädlicheres als Reinrassigkeit, schauen wir uns die degenerierten reinrassischen Hunderassen an und so weiter, also das heißt, alles, was die Rechten an Konzept haben, ist einfach sachlich falsch und ist ein Irrweg, ja, und, ja, das, das muss man doch den Leuten klar machen, ja, deswegen, also hier, ich lese mal vor, das heißt also freie minus Argumente minus Kultur Punkt NET gehe ich mal von aus, ich gucke gerade mal nach, ob ich das irgendwie sehen kann, kopieren, ich muss es mal irgendwie sichtbar machen, ich gehe mal hier hin, mache es mal hier sichtbar, einfügen, ja, hier steht es jetzt, ich vergrößere mal für Sie, dann können Sie sich das Forum direkt abschreiben, ach so, hier muss ich jetzt mal hin, so 26, das können Sie lesen, freie minus Argumente minus Kultur Punkt NET, das reicht, dann sind Sie auf der Homepage, ja, ja, ich zeige es nochmal kurz, freie minus Argumente minus Kultur Punkt NET, unser Forum finden Sie ja ganz einfach, das Forum von Weltrat und Next Scientists for Future finden Sie ja ganz einfach, wenn Sie zum Beispiel hier eingeben, ja, Sie können das sehen, Moment, na, wo ist das Bild hin, na, was ist jetzt los, Weltrettung, ja, danke, aber wie, irgendwas, ist da was kaputt gegangen, wo ist das Video hin, was ist hier passiert, was ist hier passiert, tja, warum ist die Anzeige nicht mehr da, na ja, also ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, ich sehe die Anzeige nicht mehr, die Grenzen, na gut, ich mache es mal schnell zu Ende, die Sendung, und dann werde ich ja sehen, ob es funktioniert hat, ja, es ist generell schade, dass die Leute die echte Diskussion scheuen, also dieses Frack Forum wäre die einzige, das einzige Forum zusammen mit dem Weltrat, Weltrettung, ja, danke, aber wie Forum vom Weltrat und der Next Scientist for Future, wo man wirklich echte Diskussion machen kann, natürlich nicht in Richtung Unterdrückung und Beleidigung und Diffamierung, aber alle Argumente können da auf den Tisch und alle Argumente können durch Gegenargumente sozusagen besprochen werden. Ja, und insofern ist ja unser Versuch auch, alle Neuparteien in echtbasisdemokratische, echte Frackparteien zu verwandeln. Ja, und dann war gestern in der Talkrunde auch nochmal klar, also ich, wie gesagt, ich bin persönlich der Meinung, die Menschheit packt das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gar nicht mehr, die Menschheit wird in einen Schrecken ohne Ende übergehen, und dass sie irgendwann die Gehirne so klein werden, dass sie Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung nicht mehr können und dadurch dann wieder in Richtung Glückseligkeit sich verwandeln werden, das ist auch wahrscheinlich eine unrealistische Hoffnung, denn wenn die Erfindung einmal gemacht ist, Markt, Arbeitsteilung und Tauschhandel, werden auch Menschen mit einem halben Liter Gehirn sozusagen den beibehalten und damit die ganze Zerstörung von allem durch diese Erfindung, werden wir weiter erleiden. Und die Erfindung, die danach, die zweitschädlichste Erfindung von allen war, die Erfindung der Landwirtschaft, aus Sicht der naturwissenschaftlichen Überlegungen, sogar der Sender Phoenix hat darüber mal berichtet, wie wir schlagartig mickrig wurden, seuchenanfällig wurden, und eben weil Landwirtschaft eben nur ein Geschäftsmodell ist, aber uns total ungesunde Nahrung letztendlich liefert, im Gegensatz zu Lebensmitteln, an die wir genetisch angepasst sind, ursprünglich beim Lustwandeln im Garten Eden, ist eben jedes monokulturelle und jedes kommerzielle landwirtschaftliche Anbauen wahrscheinlich giftig für uns. Und man muss dann gucken, dass, ja, vielleicht müssen wir sozusagen die Erde sanft begärtnern, sodass alles das wächst, was Menschen essen können, und lecker essen können, und durch diese Begärtnerin, sodass wir da möglichst Nahrung wachsen lassen, die mit unserem Genbestand, unserem Verdauungssystem bestmöglich kompatibel ist. Ja, und gestern ging es auch um das Thema, die menschliche Natur, ja, sozusagen, was ist unsere Natur, letztendlich ist das, was die Biologen berichten, läuft darauf hinaus, dass unsere Natur eigentlich unsere Glücksmöglichkeiten sind. Beispiel, die satte Katze geht trotzdem auf die Jagd, weil es ihr Glück bereitet, das Abenteuer der Jagd auf die Mäuse. Und so ist es beim Menschen so, falls er die Glücksmöglichkeiten hat, so wie die Bonobos, durch vielfach täglich Sex mit allen, sozusagen, wirklich sich wohl zu fühlen und glücklich zu fühlen, dann ist natürlich jede Unterdrückung dieser Lebensform, sozusagen letztendlich die Glückszerstörung, die nötig ist im Kapitalismus, um uns alle konsumsüchtig zu machen. Aber letztendlich sind unsere Glücksmöglichkeiten unsere wahre Natur, nämlich die Unterdrückung dieser Glücksmöglichkeiten, die Angstbesetzung dieser Glücksmöglichkeiten, ist das Mittel, das nichtbewusste Mittel, das Raubtierkapitalismus, unser Leben so zu zerstören, dass wir dann kaufsüchtig, konsumsüchtig, ersatzbefriedigungssüchtig werden und dann ausreichend kaufen. Denn das oberste Ziel des Kapitalismus ist ja möglichst viel zu kaufen und ich habe es ja letztens auch immer wieder gesagt, dass es ja bei uns darum gehen muss, dass wir sozusagen dafür sorgen, durch echte Planwirtschaft im Gegensatz zu den Pseudoplanwirtschaften der Sowjetunion und ähnlicher gescheiterter Konzepte, gescheiterter Konzepte, dass wir eben die Verdienstzuschüsse müssen dahin lenken, dass es den Unternehmen völlig unwichtig wird, wie viel sie quantitativ verkaufen, weil ihre Verdienstzuschüsse von den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden abhängig gemacht worden sind dann durch die guten Reformen. Ja und jeder Mensch, um nochmal zu öffnen gegenüber den Sektierern, also um den Sektierern und Diktatoren ins Gewissen zu reden. Jeder Mensch hat doch die Qual der Wahl, welchen Berichterstatter er für klug hält und wessen Bericht er für Wahrheit hält oder nicht. Und insofern, dieses Problem haben doch alle Menschen und welchen Sinn soll es da machen, irgendwie zu versuchen, diktatorisch das Denken zu begrenzen und die unterschiedlichen Argumente und Sichtweisen und Weltsichten zu begrenzen und zu beherrschen. Ja, und die Biologen, was die Biologen berichten, ist, dass halt das Gehirn und das Denken eigentlich in der Evolution und auch die neue Lust, die ja dazu führt, dass das Gehirn und das Denken benutzt wird, um ein möglichst realistisches Weltbild zu erzeugen. Das ist ja die Funktion der Neulust, besseres Wort statt Neugier, die Neulust, die Kinder gucken sich alles an, weil sie Neulust haben. Alles, was neu ist, löst Lust aus und das führt dann zu einer hoffentlich realistischen Weltsicht und Weltkenntnis. und das ganze Gehirn und Denken sind also letztendlich dann nur ein Werkzeug aus biologischer Sicht, um an Futter und gute Eizellen, also Eizellen und Samenzellen mit guter Genqualität heranzukommen, um dann eben effiziente Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hinein produzieren zu können, ohne die man in Kürze ausgestorben ist, wie die Dinosaurier. Ja, und da kann man sagen, es braucht halt gute Argumente, um mich von der Sichtweise eines Professor Richard Dawkins abzubringen, der immer wieder auch irgendwie so die Schönheit und Rundheit der evolutionsbiologischen Weltsicht sozusagen betont. Ja, das ist einfach so, liebe Zuhörerinnen, diese evolutionsbiologische Sichtweise, in der alles zusammenpasst, alles erklärbar ist, alles rund ist, alles passt, es praktisch keine ungeklärten Fragen gibt, diese Schönheit kann ich nur, ich kann nur dafür werben, die ist einfach faszinierend. Und wie gesagt, da braucht es jetzt ein gutes Argument, warum jemand dann sagt, Charles Darwin hat sich geirrt und die Kreationisten haben recht. Das ist halt natürlich, da warte ich noch auf gute Argumente. Bis jetzt sind nur schlechte Argumente gekommen. Ja, vielleicht müssen wir letztendlich die Permakultur weiterentwickeln und eben sozusagen die Erde als Garten Eden begärtnern und mit vielen Gewächshäusern spicken hier in Deutschland, wo wir dann die südlichen Früchte auch drin haben, denn die Frage ist, wie weit unsere genetischen Teilanpassungen uns schon sozusagen vollständig an die nordeuropäischen Nahrungsmöglichkeiten angepasst haben, denn wir schleppen in uns ja, der Großteil unserer Gene ist ja noch schwarzafrikanisch sozusagen und damit tendenziell auch tropisch und da muss man gucken, dass man eine möglichst gute Passung erzeugt. Ja, und dann ging es auch irgendwo um dieses Urteil von Weimar und da ist dann, ja, meine Einschätzung ist, das sind alles bedeutungslose Dinge, denn die Regierung handelt am nächsten Tag ja noch unrealistischer, also diese Gerichtsurteile, die ignoriert man doch zu 100%, die interessieren doch niemanden. Ja, das war es jetzt mal für jetzt gerade, denn sozusagen, ich gucke jetzt mal, ob das hier noch funktioniert hat. Also, tschüssi, bis bald.